yo 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 freunde was geht ab man herzlich willkommen zu einem neuen video es wird wieder zeit leute steht an neuer starten wird steht an freunde es geht ab ins max monog starten wieder heute erst auf den gespielt heute die ganze ausdruck und ja von dachte ich mir nehme ich euch mal wieder mit zur zeit für neuen starten nur noch was kleines decken hier beim beck und ja ich nehme euch einfach dann kurz mit auf jeden fall freunde ich bin zu kurz bei beck was snacken und ja dann geht es auch schon auf zum max monog starten freunde und ja mal kurz snacken ist bescheid bei beck hier wenn ich wieder wenn ich am max monog starten angekommen bin euer partners auf jeden fall freunde ich bin jetzt hier angekommen am max monog starten auf jeden fall ich gehe jetzt erst mal tickets und zwar richtig spontan leute und als der rückrunden auftrag nürnberg heute gegen hansa hoffstock meine lieben ich bin auf jeden fall sehr gespannt ja man das ist auch schon die menge hinter mir vielleicht vielleicht auch nicht und auf jeden fall einweil ich muss noch die tickets holen und ja schon sagen wir sind es dann gleich wieder freunde oder ich bleib einfach dran wie sie doch quasi und schau mal auf jeden fall jungs was sagt die zitat zum spiel wird gut heute wird gut heute in der grüße so hart was sagst du 20 ok dann gibt es gut freunde die fans sind drauf aber so musik er hat sich nicht gegen hansa ausdruck aber 5 0 ist krass was er gerade gesagt hat ne hochkunden auftrag geil man feier ich es geht brüder alles frech ja leute ich möchte mich schon gleich wieder ja bis auf voll 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 ja mal bestimmt verschieben wir die prober sind kommen hier geil 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 feier ich feier ich crazy geiles wird auch an der stille sonne scheint auf jeden fall geil geil jetzt kannst du mit der 14 mit der 15 die 15 über marquis die 15 jetzt gastro Neu bei uns und fertig bekommen, die Nummer 20, Sympathia, unsere Kapitän trägt die 22, Enrico, mit der 27, Nini, die 38, Janss, und unsere 2, 50, John, Uzun, wir sind im Ja, wie geht's denn? Ganz krass, ganz krass. Und dann stehst du wieder in der Stadt. Geil. Oh mein Gott. Sonst sind leider keine Charleute, aber auch keine Sorte. Trace. Trace. Ein Felsinn wie Lappen, der alles überstand. Ein Felsinn wie Lappen, der alles überstand. Zum Rundt im Skirbel stand. Ein Felsinn wie Lappen, ist unser FCM. Sein Stern, der wird so lecker. Auf Fußball im Stich. Beim Gänzebomann. Bluetooth Sei-Bomann ist unser FCM. KannAKE Rundt im телефон das skirpen. Die Tai-Betichilde sind in der Stadt. Unser FCM ist unser FCM. Sei-Bomann ist unser FCM. Sein Stern, Ouais-Bomann, kommt schon den khnt. Wir werden immer am Fußball-Himmel stehen. Die Regen der Himmel auf die Zeit vergeht. Unser Glück, der bleibt versteht. Die Regen der Himmel auf der Weg, sie steht. Unser Glück wird niemals untergehen. Der Ball rollt auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sich der Klub hier macht. Zum Rückrunden auftritt. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schade, schade, schade. Komm, komm jetzt, schick doch eine Lücke. Lücke, Junge. Oh, 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 oh. Echt voll. Abseits, ja. Abseits, ja. Abseits, ja, Jungs, ja. Das war jetzt so ein Unterspielzug. Beziehungsweise Klüger. Aber egal, komm. Schade, schade, schade. Ja, ja. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Komm. Steck doch den Ball durch. Steck doch los. Steck doch durch. Oh mein Gott. 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 Ja. Ja. Geh doch, Junge. Geh. Ja. Ja, Junge. Ja, Junge. Ja, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr stark! Sehr stark! Ja Junge, ja! Komm, setz dich durch! Setz dich durch! Will nicht weg, nicht weiß! Dz clouds... Goller Junge, goller! Goller Junge, Wunderher! Lundbeg, wir Allan do and워 translation reign like, Mitwunder, Lundberger bist du ja auch! Lundberger bist du ja auch! Lundberger bist du ja auch! Ohlö! Ohlö! Schieh aus! Ohlö! 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 Ohlö, ohlö! Schieh aus! Ohlö, ohlö, ohlö! Der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß. Ja, Junge! Ja, Junge! Boah, krankes Schüsse, geil, Alter! Ole, 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 Ole! Ja, Mann, sehr stark. Pitch mit 1, Alter, schlussend. Crazy, einfach mal, crazy, Mann! Krankes Schüsse, sehr stark, krass, geil! Zer, bild, um 10er, unter 7er. Usulyyyy, usuuul! Sehr stark. Ek, eins, noseewel! Fels, guck ز, guck. slack, guck whichever dennis kastıko? Ja, Mann! Quello, jungen. Quello. Was war das? Was war das? Was war das? Schade, schade Verstammel Pulle Schade Ja, Mann Schade 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 Sehr schön gestartet, ich freue mich mit einem kranker Konto. Konto vor allem auch sehr präzise, aber leider ist es ein Turmreich da. Leider nicht. Schade, 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 schade. Sehr stark, sehr stark. Schick Goller, schick doch Goller, Bruder. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, sehr stark. Druck, Jungs, Druck. Druck. Sehr stark, Jungs, sehr stark. Hey. Es war Ball, es war Ball. Es war eindeutig Ball, shit. Kann man nichts machen. Es war eindeutig Ball, Leute. Schick doch Goller, schick. Boah, es war ein Spannungszimmer. Ich bin einer Spannungszimmer. Ich bin einer Spannungszimmer. Ich bin einer Spannungszimmer. Sehr stark, dass ich nicht so gut bin. Schade, 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 der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß. Spiel doch früh ab, ja. Nein, du hast noch Zeit gehabt, Goller, du hast noch Zeit gehabt, wo, warum oder warum. Ja, ja, Junge, ja, Junge, sehr stark. Sehr stark, sehr stark, einfach Doppelkampf, Usul. Er hat den Fehler geworfen, Alter, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Den Fehler geworfen, sehr, sehr wichtig, krank, Alter. Den Fehler geworfen und hat es ausgenutzt, sehr, sehr, sehr stark. Zu krank, krank ist ein Niveau, Alter, sehr geil. Das macht einen Verschützen aus. Schade, bitte. Schade, Usul. Schade, Usul. Schade, Usul. Schade, Usul. Schade, Usul. Schade, Usul. Zwei. Null. Der Klub. Der Klub. Der Klub. Der Klub. Kaltes Spiel bis jetzt. Sehr stark. sind Sie die alle mit bis bei Oh mein Gott, Content Format.com Ich schieb so. Das war noch mal der Gip. Ehrlich die Chance hier. Vor der Heimzeit noch mal. Jungs, ganz kurze Frage. Was sagt ihr zum Doppelpack von Gianluzio? Er ist einfach der Goat. Wir haben gekocht. Doppelpack hab ich gekocht. Und was sagt ihr? Ist okay. Wir können 4-0 spielen. Wenn wir gut machen, eigentlich. Andererseits könnte es noch ein bisschen besser sein. Aber Doppelpack war heftig. Doppelpack war heftig. Das erste Tor. Danke. Danke. Jungs, ganz kurze Frage. Was sagt ihr zum Doppelpack von Gianluzio? Super Typ. Und allgemein zur Halbzeit von Gianluzio? Wie läuft das Spiel bis jetzt? Beste erste Halbzeit in den Zionsergegen. Und ihr Jungs? Das ist richtig krass. Feiert ihr Gianluzio? Ja. Ihr auch Jungs feiert Gianluzio? Natürlich, natürlich. Kranker Spieler. Danke für eure Meinung. Danke. Gutes Spiel noch. Ihr habt es gehört Jungs. Gianluzio feiern alle. Das ist normal. Kranker Spieler. Mal schauen, ob man den demnächst sehen wird. Jungs, ganz kurze Frage. Was sagst du zum Doppelpack zu Gianluzio? Geistig. Ja, nichts. War krank, ne? Ja. Alter, meinst du Halbzeit in den Zionsergegen? Was sagst du? Ne, das Ding ist für wir bisher. Ist ja das Spiel, ja? Ja. Was sagst du? Hätten wir mehr führen können oder ist es okay? So ein Tor wäre noch gegangen, aber passt schon. Aber passt schon eigentlich. Ist krank. Aber zu Gianluzio Doppelpack einfach heftig, ne? Ja, heftig. Ich kann nicht so in der Rückgrunde rein schlafen. Dann wird es so geil. Und in der Rückgrunde. Nee. Am Ende von der Hinrunde da war ein bisschen... Ist mir zu gut, aber... Ja, jetzt... Sehr gut. Sieht schon mal gut nach dem Start aus, ne? Feier zu Gianluzio. Ja, ja. Geiler Typ, ne? Okay, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen noch. Ciao. Auf jeden Fall, wir haben ja ein paar Jungs getroffen. Auf jeden Fall, was sagst du zu Halbzeit an der Lüte zu Gianluzio Doppelpack? Gut und gut bei Gott. Wir sind ein krasses Tor, ehrlich. Ja, Mann. Und sonst, ja, Nürnberg ist gerade besser. Ja. Also, auf jeden Fall sieht nach einem guten Rückgrunden statt aus, oder? Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, dann kannst du auch immer wieder auf... Ja. Und allgemein zur Halbzeitanlösen, was sagt ihr? Sehr gut gespielt. Bis jetzt, ja? Sehr gut gespielt. Ja. Die ersten 12 Minuten schön leise gewesen. Und jetzt... Gute Stimme. Geil, geil. Feierstunde. Auf jeden Fall. Danke für eure Meinung, Jungs. Und auch für ein gutes Spiel noch, ne? Halbzeitanlösen, ein gut hier. Ja, ja. Haha. Geil. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit, Jungs und Mädels natürlich. Anschluss ist gerade, wir fallen zur zweiten Halbzeit in Berlin. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Was ist doch lediglich? Ja, wir haben die Schleicht defending laut, jard will das nicht. Ich denkegehend nach Berlin. Das ist eine gute Position. Jaaa! Jaaa, Junge! Jaaa! Ich hab dir gesagt, man. Sehr, sehr gefertigte Position, auch geile Positionen, Alter. Sehr geil, sehr geil. Sehr geil, Alter. Was ist das für eine, für ein Spielkran. Ich komm selber ein bisschen klar. Jetzt Castron! Jetzt Castron oder Kran! Erste, der vierte. Drei! Tup! 21.000.000 Zuschauer. Sehr stark. Geist... Oh, yeah! Thunder! Integrations! Das war's für heute. Äh... Musul! Krank oder krankes Spiel? Schleimer! Leute, viel falsch, muss das Auto ganz kurz halten, weil Akkus wäre, Leute, im Großen und Ganzen war ein krankes Spiel. Doppelpackung, klar, nicht so im Rauschenspiel, dachte ich zu sagen. Ihr habt auch die Leute gehört, was sie dazu gesagt haben. Einfach geisteskrank. Und ein Jens Kasten war auch noch mal ein krasses Tor gewesen. Wir waren treibender Rückwunden, statt im Großen und Ganzen. Jojojo, Freunde, euer Pavlos. Ich melde mich hier, bin auch schon zu Hause angekommen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da ab, Freunde. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich hatte kein Akku mehr, Freunde. Deswegen konnte ich auch nicht mehr so viel filmen von der zweiten Halbzeit, ja. Deswegen wundert euch nicht, Leute. Aber ich werde auf jeden Fall mehr drauf achten, demnächst. Hiermit beendet ich offiziell den Work an der Stelle, Freunde. Aboniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Euer Pavlos war back im Stadion, Freunde. Aber, wie gesagt, ich hoffe euch hat der Stadion-Vlog trotzdem gefallen, okay? Ich hoffe voll. Deswegen, Peace out hier an der Stelle. Und, ja, für mehr Stadion-Vlogs. Tschiu!